So, neuer Tag, neue Aufgabe, Tagesaufgabe ganz impel, füge Gegnern Schaden mit Schrot finden zu, ganz easy in einer Runde machbar, einfach dazu in Gruppenkeile gehen, machen wir nämlich jetzt auch direkt, sondern das ist nämlich eine ganz einfache Geschichte und ihr seht unten, da sind ein paar Zahlen dabei gekommen. Also gestern, das neue Event hat mir sehr gut in die Karten gespielt, viele neue Abonnenten, erstmal Gruß geht daraus an alle neun, dann ihr wisst ja, Ladebildschirmzeit ist Likezeit, Kommentierzeit, wenn du noch kein Abonnent bist, ich dir aber schon mehrmals helfen konnte, gerne jetzt ein Abo dalassen, wie du siehst, Tagesaufgabe, ich bin schon wieder da. Der Shop kommt jetzt auch immer täglich, halt immer zu verschiedenen Uhrzeiten, kommt immer drauf an, wie ich heimkomme. So, den Skimm seht ihr ja schon, die Aufgaben auch komplett hochgeladen für euch. Also, ihr wisst ja, Support ist kein Mord, aber was ihr schon alles gemacht habt, auch mit Kommentaren und Likes, ist halt schon Wahnsinn. Das macht halt doch irgendwie Spaß, wenn du dann siehst, das Ganze hat doch irgendwo einen Erfolg, sag ich jetzt mal. Ja, du bist ein Gegner-Team. So, mal gucken, wo die Zone ist. Ich will mich gar nicht lang da rumliegen. Oh, zwei Leute gehen nur bei Sunny runter. Ich schätze mal, alle gehen bei Pleasant runter. Und schneiden wir mal weniger aus. Äh, egal, ich gehe zu Snorby, oder? Ich weiß nicht. Äh, ich gehe auch gleich so. Dann Loot Lake und dann rüberfliegen. Oder auf die Insel. Ich gehe auf die Insel. Insel ist eigentlich so ganz okay. Vom Loot her passt die eigentlich. Kann ich nämlich von der Insel rüber. Zum Beispiel, dass hier keiner groß hinfliegt. Ne, scheinbar fliege ich alleine hin, das ist aber sehr gut. Ich gehe auch immer außen rum, also außen rum hat eigentlich recht gute Erfahrungen, was den Loot betrifft. Nicht unbedingt die Kisten. Na gut, wenn da schon mal die epische liegt, dann muss ich zugreifen. So, jetzt heißt es erstmal auf jeden Fall eine Schrotglinde finden. So, zack, zack, zack. So, okay, ich war schon direkt am Start. Ah, die Waffe ist schon übel. Ah, wieder nichts, was ich wirklich gebrauche und hatten, ey. Ja. Dann ist scheinbar schon der Nächste. Ja, ist alles schön, weil ich hier finde, aber ich brauche eigentlich rot. Was wollt ihr denn alle auf der Insel, ey? Dun, 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 dun. Ah, da braucht auch ein paar Zeit. So, dann gucken wir noch ein bisschen nach Munition, weil so an sich ist der Loot eigentlich vollkommen ausreichend. Ja, blau holt ich es dann natürlich noch lieber. So, da war der Beggy noch und dann können wir uns eigentlich schon am Weg machen, weil wie man sieht, kommt die Zone auch schon angeflogen. So, Minis holen wir mit. Ganz entspannt, aber es ist mal eine entspannte Tagesaufgabe. Also, ich denke mal, die wird auch jeder hinkriegen. So, gerade mal da rüber laufen. Erst mal Headset wieder lauter gestellt. Dann schreibt mir in den Kommentar, wie findet ihr den Skin? Also, ich persönlich finde den eigentlich richtig geil. Das Problem ist halt nur, er ist so wuchtig. Ich habe ihn jetzt selber noch nicht so im Spiel gesehen, aber ich denke mal schon, er fällt stark auf. So, dann noch ein bisschen Munition. Bisschen laut hier. Da, 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 da. Uh, Lex, Lex des Todes. So, mal gucken, unser erstes Opfer ist. Jetzt. Ich sehe noch keinen. Ich sehe noch keinen. Warum? Ach Gott, wie kann man den Kleider nehmen? Der ist so laut. Ich glaube, der hier ist auch nicht leiser. Munition, sehr wichtig. Ich weiß, Zune kommt. Ich weiß, was ist das? Ach ja, den Schrotflinden-Schaden machst du eigentlich am simpelsten, wenn du auf der Map wieder ankommst. Das war mir klar, dass ich dann einen mischt, wenn ich da den Kill gemacht habe. So. Ach, das war wohl nichts mit einem Jump Pad. Ich wollte nur gucken, ob da Munition ist. Ich meine, ich hätte hier gegen ihn gekämpft. Hätte ich ihn mal gesehen. Ich würde mich tremirsein. Und zurück. Eh. Du bist ein paar User brutaler. Du bist Mario, in meinem Körper. Oh. Oh. verschwirlétel NÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖğÖÖÖÖ 290 haben wir jetzt Das war's. Schmeckt. Diese Skelle-Legger. Safe-Geekler bei mir. Geht da nicht mal ein Schuss durch. Nein! Assi! Arme Schrotflitten-Kills haben wir auch jetzt fertig. Ihr habt ja gesehen, 500 Schaden easy zu machen. Aim. Nicht da. Was war noch da? Ne, ist durchgezogen. Geht. 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 Geht als Busch. Geht. 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 Geht.